So, wir befinden uns jetzt hier vor dem Deutschen Theater. Das wurde 1890 erbaut. Im Deutschen Theater gibt es rund ums Jahr Programm. Ganz viele Vorstellungen sind auch vergünstigt oder sogar kostenfrei mit eurem studentischen Kulturticket. Außerdem befindet sich hier neben uns der Planetenweg, welcher sich durch die ganze Stadt zieht. In einem Maßstab von 1 zu 2 Milliarden sind hier Planeten abgebildet. Hinter euch seht ihr außerdem noch so eine kleine Verkehrsinsel. An alle Autofahrer Achtung, das ist kein Kreisel, das ist eine Verkehrsinsel.